Wir sind hier an einem super Ort, Privatgeländer eigentlich, aber wir haben uns Genehmigungen genommen zum Drehen. Ja, Zukunft, keine Ahnung. Zukunft ist Zukunft. Ich weiss was das bedeutet, aber ich habe keine mehr Idee. Die Panische hat Angst. Jennifer hat furchtbare Angst. Oh mein Gott. Und Jennifer singt. Sie singt Gospel. Musik Ich bin Schauspieler. Was ist deine Rolle? Ein Patroniker. Ein Patroniker. Und wie gefällt es dir hier? Okay. Gut. Ich möchte gehen. Was machen Sie denn? Das ist eine coole Abschlussszene von dem Ganzen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.